So, das hier ist jetzt das kleine Ankündigungsvideo für die nächsten vier Tage. Also Leute, ich werde jetzt die nächsten vier Tage dann jeden Tag Shadow of Mordor, dann guckt einfach nochmal diesen, diesen und diesen Link durch und dann werdet ihr schon wissen, was ich meine. Werde ich Shadow of Mordor spielen und zwar auch ausschließlich dieses Spiel. Ich werde das an diesem, diesem, diesem und diesem Tag spielen. Also, voraussichtlich, ich, bis, das, also der Inhalt reicht bis zum letzten Tag. Die Uhrzeiten sind unklar, denn ich werde einfach immer zwischendurch schlafen. Also, das betone ich, weil ich werde nicht vier Tage durch streamen, sondern zwischendurch schlafen und sobald ich aufwache, gehe ich duschen und steige wieder in Shadow of Mordor ein. Aber ich werde euch auf YouTube jeweils mit diesem kleinen Video Bescheid geben, wann ich starte und auf Facebook natürlich auch mit einem Post. Also Leute, wir sehen uns die nächsten vier Tage im Livestream bei Shadow of Mordor und alles wird als Let's Stream später auf YouTube hochgeladen für diejenigen, die sich nicht alles gönnen konnten. Also, wir sehen uns später, haut rein, bis demnächst.